Bhagavad Gita, Vers 1.40 O Krishna, wenn Irreligiösität in der Familie überhand nimmt, verderben die Frauen, und wenn die Frauen entarten, o Nachkomme Vrijnis, entsteht unerwünschte Nachkommenschaft. Erklärung Eine gute Bevölkerung ist das grundlegende Prinzip für Frieden, Wohlstand und spirituellen Fortschritt. Die religiösen Prinzipien des wahren Ashram waren so beschaffen, dass die gute Bevölkerung in der Gesellschaft überwog und daher ein allgemeiner spiritueller Fortschritt für Staat und Gemeinschaft möglich war. Eine solche Bevölkerung hängt von der Reinheit und Treue ihrer Frauen ab. Wie Kinder sehr dazu neigen, irregeführt zu werden, so sind Frauen sehr leicht geneigt zu entarten. Daher müssen sowohl die Kinder als auch die Frauen von den älteren Familienmitgliedern beschützt werden. Wenn die Frauen mit verschiedenen religiösen Praktiken beschäftigt sind, werden sie nicht zum Ehebruch verleitet. Nach Janagya Pandits sind Frauen im Allgemeinen nicht intelligent und deshalb nicht vertrauenswürdig. Daher sollten die religiösen Aktivitäten der verschiedenen Familiengebräuche sie ständig in Anspruch nehmen. Denn so wird ihre Reinheit und Hingabe eine tugendhafte Bevölkerung hervorbringen, die fähig ist, aktiv am wahren Ashram-System teilzunehmen. Wenn solches wahren Ashram-Dharma fehlt, können die Frauen tun und lassen, was sie wollen und sich mit jedem beliebigen Manne einlassen. Dann steht dem Ehebruch nichts mehr im Wege und man riskiert unerwünschte Nachkommenschaft. Unverantwortliche Menschen befürworten den Ehebruch, wodurch die Menschheit mit ungewollten Kindern überschwemmt wird und Gefahren wie Kriege und Seuchen entstehen.